ASV-Tagesupdate Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Robert Glatzel und Ludovic Reis haben ihre Ausstiegsklauseln nicht gezogen. Dies bedeutet für Stefan Kunz und Klaus Koster, dass sie sich ab sofort nach anderen Spielern auf dem Transfermarkt umsehen können. Bei Benes hofft man zwar weiter auf ein Verbleib, die Wahrscheinlichkeit ist aber weiterhin sehr gering. Ebenfalls ist laut dem Abendblatt noch nicht mit großen Transfers zu rechnen. Die HSV-Führung möchte alles in Ruhe planen und angehen. Man strebt an, die Kaderplanung bis zum 30. August abzuschließen, sprich bis zum Deadline-Day. Das sind laut dem Abendblatt die offiziellen Transferziele des HSV für den Sommer. Gesucht wird ein zweikampfstarker, zentraler, defensiver Mittelfeldspieler, ein neuer offensiv denkender Flügelspieler, eins bis zwei neue Innenverteidiger und ein torgefährlichen, schnellen Stürmer, welcher an der Seite von Robert Glatzl spielen kann. Bei der Mopo äußerte sich unser Mittelfeldspieler Laszlo Benes erneut über seine Zukunft. Dort sagte er, Ob ich bleibe, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt hier bei der EM und konzentriere mich total auf die Nationalmannschaft. Dieses Turnier ist ja wirklich eine große Sache für mich. Was danach mit mir passiert, sehen wir dann. Die aktuelle Tendenz deutet jedoch immer deutlicher auf einen Abschied hin. Benes möchte unter allen Umständen nächste Saison Bundesliga spielen. Wie der HSV am heutigen Tag bekannt gab, bestreiten wir am 13. Juli um 17 Uhr ein Testspiel gegen unsere Freunde aus Lübeck. Wie die Mopo berichtet, könnte der HSV in diesem Testspiel ihr ersten Trikotsatz veröffentlichen. Laut der Bild möchte Daniel Heuer Fernandes entweder in der nächsten Saison wieder Stammspielen oder den Verein verlassen. Vermutlich wird der HSV im Laufe der Vorbereitung eine Entscheidung zugunsten eines Keepers treffen. Der andere Keeper wird sich intensiv mit einem Abschied beschäftigen, da beide Torhüter die Ambitionen haben, Stamm zu spielen. Aktuell hat Raab die besseren Karten für die kommende Saison die Nummer 1 zu bleiben als Heuer Fernandes. Eine finale Entscheidung bleibt abzuwarten. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.